Was ist in dem Bereich der stationären Pflege? In ein anderes Gesetzespaket mit aufgenommen, die Assistenz im Krankenhaus neu zu regeln. Aber auch dabei wird, so haben wir jetzt die Befürchtung, der ambulante Bereich, der häusliche Bereich wieder benachteiligt, wieder nicht beachtet. Das zeigt also, die Menschen mit Behinderungen sind nicht zwingend in allen Ressorts mit dem notwendigen Umfang berücksichtigt. Das zeigt also, die Menschen mit Behinderungen sind nicht zwingend. Das zeigt also, die Menschen mit Behinderungen sind nicht zwingend.